Brother, 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 Please start moving. Brother, 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 Wait a minute. Okay, wir sind eine Maschine. Ja, es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. Okay, mit Springen komme ich schneller voran. Okay, da haben wir doch einen tollen Container. Das ist irgendwie putzig. Schön, dass da unten immer noch alles durchfließt mit der Plätscher-Animation, obwohl wir da einen Eimer hingestellt haben. Das ist sehr... Okay, wir dürfen nicht springen. Okay, wenn wir den Eimer haben, dürfen wir nicht springen. Ich hoffe mal, wir stolpern nicht, weil wir irgendwo rüberlaufen. Okay, wir können auch stolpern. Okay, nicht springen, nicht stolpern. Alles klar. Das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Und diese Animation von dem weiter fließenden... Öl? Wasser? Ich habe keine Ahnung. Das ist... Okay. Das muss hier ganz weg laufen. Warte mal kurz. Bruder, Bruder. Just a little more. Bruder, Bruder. Das ist egal, wie viel Öl du gibst, little guy. Du kannst nicht ein Maschine machen, dein Bruder. Den kennen wir doch. Well... Looks like it's time. Okay. Near Automata. Die nächste Story. Operator 210, Unit 9S. Komm in, 9S. 9S hier. Go ahead. Die Yorha-Truppen haben ihre Descente begonnen. Disable die enemy-basis-Defenssysteme immediately. Roger that. Ernsthaft? Wir spielen jetzt die Story nochmal durch aus seiner Sicht. Verstehe ich das richtig? Stufe 35, 9S. Alles klar. Er hat nur eine Waffe. Grausamer Schwur. Okay. Ich würde mal sagen, ich nehme einfach das Beste, was ich habe, ne? Lololo. Das ist ja jetzt... Okay. Die sind immer noch nicht aufgelabelt. Das ist sehr gut. Hier habe ich nochmal meine ganzen Chips. Das ist auch sehr gut. Okay. Ähm. Ähm. Was wollte ich jetzt noch gucken? Gegenstände. Wir haben noch einen Arsch voll Gegenstände. Sehr schön. Warte mal. Wichtige Gegenstände. Maschinenteil. Okay. Stempel. Alles klar. Maschinenmaske. Blaue Schleife. Rosa Schleife. Retro. Grau. Pot. Grimori. Ich nehme mal das Spülsystem-Pot, ne? So. Das ist okay, wenn ich jetzt hier... Jetzt bin ich... Okay, wir... Nein, das letzte Wort waren... Mein Interesse an der Maschine ist zu groß. Ich ziehe los, um sie zu stüren. Dann wurde er nie wieder gesehen. Das war wohl ein neues Ende? Danach wurde er nie wieder gesehen. Mission verkackt. Alle gestorben. Systemabprüfung abgeschlossen. Was? Okay. Ich verstehe schon. Ende A und G. Oh! Wir haben das G-Ende gefunden. Ja, da würde ich mal sagen... Spiel starten. Ich hoffe mal, wir dürfen... Nein, er ist eine Story noch mal spielen. Das wäre jetzt voll scheiße, wenn das jetzt alles gewesen wäre. Ja. Das war ja jetzt... Gut. Oder schlecht. Oh nein. Bruder, Bruder. Warte eine Minute. Das habe ich jetzt davon. Aber wir haben wenigstens das G-Ende gefunden. Toll. Wenn ich meinem Bruder das geben, dann er will ich wieder. Ich brauche einen Container. Ich kann das nutzen. Ja, komm, nimm. Oh, scheiße. Okay, wir dürfen es noch mal spielen. Sehr gut. Wir haben das G-Ende. Da bin ich freudig. Und er wurde nie wieder gesehen. Egoist. Alter. Okay. Nicht auf den Kran latschen. Ich dachte, ich darf jetzt erstmal ein bisschen gucken. Aber okay, ich muss mich halt beeilen. Und ich muss gleich niesen. Oh, da habe ich auf einmal alles zwischenmenschlich weggeniesen. Oh, was für ein Zufall. Warte mal kurz. Ähm, bämm, 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 bämm. Gegenstände. Wichtige Gegenstände. Spielsystem. Ausrüsten, Mann. Habe ich jetzt eigentlich das richtige Schwert drin? Also die richtige Waffel? Nein. Grausamer Schwur. Ja, ja, ganz toll. 420, 504. Komm. Den nehmen wir. Dann wollen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Hui. Und ab geht die wilde Fort. Ab geht die Luzi. Okay, ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem Gatling. Voll cool, ey. Ah, jetzt darf ich mich frei bewegen. Das gefällt mir. Jetzt kann ich wieder hier fröhlich rumschnetzeln. Voll geil, Mann. Ich muss sagen, die Luftkämpfe gefallen mir immer noch sehr gut. Ein schönes Feature vom Spiel. Na, kommts. Wir haben eine Mission zu eröffnen. Was ist mit A2, möchte ich nur mal anmerken. Oh. Wir brauchen Sie, um die Flüchtlingssysteme zu entfernen, um unseren Attack-Squadronen eine Chance zu geben. Geht klar, Mann. Mach mal mit links. Oh, guck mal, es ist Level 35. Ja, möchten wir gerne aufs Maul gehen. Das kann man aber vergessen. Haha, wenn er nichts drauf hat. Guck ihn dir an. Der Target ist jetzt accessibel. Ja, ja. Eine Affirmation wird zufangen. Okay. Ja, ja. Eine Information reicht. Okay. Das ist echt, das ist voll cool. Hacken abgeschlossen. Oh, wie geil. Kämpfen ist nicht meins. Meins schon. Das ist voll cool. Alter, das feiere ich. Dass wir jetzt noch neue Spielelemente kriegen, finde ich echt geil. Hammergeil, Alter. Hammergeil. Oh, ich habe sofort die Wandmechanik kaputt genommen. So, wie es sich für einen guten Läger gehört. Ach, schon wieder so einer. So, dann darf ich doch mal, ja. Voll geil, ey. Ey, das Spiel geht einfach weiter. Ja, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ja, wo muss ich denn lang? Hallo? Ich würde gerne hier alles einmal kaputt machen, um mich umzusehen, aber ich darf nicht. Hacken abgeschlossen. Ja, ja. Na, mein Kleiner? Hältst aber nicht viel aus, ne? Das ist voll geil, ey. Das ist so eine... Wenn wir uns jetzt so frei hier bewegen dürfen, ist echt cool. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ach, der ist schon down. Okay. Hat eben noch mehr ausgehalten, der Gute. Aber wir sind auch gut. Das Heckmann ist voll geil. Na, da will man mit misspielen. Man, das ist ein realer Schmerz. Kann ich euch mal bemerken, dass die persönliche Chatter während der Operationen restriktiert ist? Okay. Okay. Wir dürfen doch nicht mal mit uns selbst sprechen. Wie gemein ist das denn? Ich werde mich ja noch über alles beschweren dürfen. Dass mir nicht in den Kram passt. Na, kommt schon, ihr kleinen Schrottis. Auf euch habe ich gewartet. Oh nein. Zwei auf einmal. Oh, Hilfe. Oh nein. Der macht mir richtig Angst. Er ist dasselbe Level wie ich. Uh, war das knapp. Hacken, hacken, hacken. Schwere. Wollen wir den Weg frei hacken? Das ist voll cool. Ich meine, diese 8-Bit-Musik. Ich liebe sowas. Alles klar. Ich schnitze mir eben den Weg frei. Lady. Und... Aufwärts! Erstmal wieder hier raus. Ja, es ist nur noch einer... Wala. Es ist nur noch einer übrig. Hat auch einen guten Grund, warum noch eine übrig ist. Nämlich unsere Protagonistin. Die wir jetzt aber nicht spielen. Nein. Das erklärt auch die Trophäen. Ähm... Nein, er ist Ende erreicht. Ai, ai, ai. Hast du mal bald meinen Kleiner? Long, alter. Also es ist jetzt to be unsere Assistentin. Also... Unser Sidekick. Whoa. Whoa. Get a load of that thing. Firing missiles. Yes. Ah, das klar. Oh, äh, ich glaube, wir müssen dann das Target finden, hm? Ich habe eine Flugzeugung, also ich schaue nach dem Perimeter. Okay, ich arbeite meinen Weg von dem Grund. Äh, Ma'am? Was ist das? Ja, da waren wir weiter. Ja, da waren wir weiter. Ich bin froh, dass du hier bist. Warum? Scannere, wie ich, arbeiten meistens alleine. Schauten aus enemy Linien und all das. Ich habe meistens nicht einen Partner bekommen. Es ist ziemlich Spaß. Emotionen sind verheblich. Entschuldigung, Ma'am. Und eine andere Sache. Stopp calling me Ma'am. Huh? Es ist unnötig. Okay, dann. So wie es ist. Alle ausgeschaltet. Ja. Alle ausgeschaltet. Ja. 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 Was auch immer ihr da von euch gebt. Es macht gerade so Bock. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich genieße das hier gerade. Ich würde auch mal... Soll ich daraus jetzt... Nein. meinen Gedankengang gehalten. Weil das jetzt für mich... Das jetzt Pay ist halt noch lange nicht vorbei. Ich habe die gesamte Faktorie überprüft. Aber ich konnte nichts finden, das mit unserem Ziel. Vielleicht haben sie... Ich weiß nicht. Sie haben es irgendwo geändert. Ist das? Du meinst die Zähne? Ja. Es gibt hier mehr Pflanzen und Tiere, als es damals war. Wahrscheinlich, weil die Umwelt verändert. Ich weiß nicht, was wir verletzt. Es ist ein weiteres Faktorie über das Brug. Es ist ein bisschen ein Hike, aber wir schauen uns das mal. Es ist nicht wie die Kommandung zu finden. Es ist nicht so, dass eine Location falsch ist. Ich glaube, dass sie mal verletzt werden. Ich glaube, dass sie totals von Zeit zu Zeit bekommen haben. Ich weiß nicht, dass sie ein paar Zeit zu Zeit haben, dass sie gewünscht sind. Ich würde nicht beten auf das. Ich würde mich nicht. Ich würde mich nicht. Okay, auf geht's! Mit Vollgas! Da ist er, der vierte Goliath. Oh, das ist Engels! Äh, genau. Ich werde Unterstützung geben. Engels, Stufe 40! Geil! Softwarevulnerabilities und Penetration passen. Displays auf HUD. Ich hacke das Ding und schwecken es! Das wollen wir hier ordentlich reinschnetzeln. Okay, dann wollen wir den mal hacken. Engels, es tut mir leid, aber es muss sein. Wow, das war ja jetzt echt schwer. Der muss echt wenig in den Murmel haben. Wenn ich nur mal anmerken. Das ist voll geil, Alter! Richtig cool! Oh, Engels! Es tut mir leid, aber es muss noch einmal sein. Wie geil, Mann! Fand ich Rakete abgefangen! Ja! Scheiße! War mein Freund? Bost! 9-S! 8-S! Datensysteme von einer S beschädigt. Zugriff gestört. Schalter auf Offline-Modus um. Wo bin ich? Äh, Halleluja. Okay. Alter. Baby. Okay, das ist voll cool. Wir haben drei Minuten Zeit, um uns wieder zu rebooten. Stimmsystem. Ja, noch mehr Stimme. Okay. I have to repair him. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the- Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! 2B. Just go. Miku, shut up too. Miku, we're soldiers. We take pride in our service. H0229 flight unit. Command 677, received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. All right. Incoming enemy fighters detected in engaging okay live zerstörung geschütze 9s ja ich werde mich bemühen